Heute zu Gast auf Finanzdiva.de der Vollblut-Börsianer Lars Erichsen. Er mischt nicht nur die Börsenszene ordentlich auf, sondern ist auch auf YouTube eingefeierter Star. Mit über 100.000 Followern. Lars, wie viele sind? Ja, tatsächlich sind es auf dem Erichsen-Kanal, glaube ich, aktuell rund 118.000 und auf dem Tradermacher-Kanal ungefähr 84.000. Also, ja, bin mit der Entwicklung absolut zufrieden. Erzähl doch mal, wie startest du so deinen Tag als erfolgreicher YouTuber und Trader? Ich bin ja kein Digital Native. Das heißt also, mich können diese sozialen Medien und dieser permanente Austausch also durchaus, ja, das führt schon dazu, dass ich ein bisschen ermüde. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass ich morgens in der ersten Stunde mal damit gar nichts zu tun habe. Also, es hört sich jetzt so ein bisschen an, wie der alte Herr, der langsam in den Tag kommt. Aber tatsächlich stehe ich auf, dann meditiere ich ein bisschen und dann achte ich darauf, dass ich in der ersten Stunde des Tages weder mein Smartphone noch sonst irgendein elektrisches Gerät in der Hand habe. Lese ein bisschen Zeitungen, Frühstücke. Also, so ganz verrückte Rituale sind das nicht. Du lebst ja seit über 20 Jahren vom Börsenhandel. Gab es mal eine Phase, wo du dich ertappt hast, dass du vielleicht auch börsensüchtig bist? Und wenn ja, ist das gefährlich? Also, wäre es ganz sicherlich. Ich glaube nicht, dass ich börsensüchtig bin. Wenn, dann habe ich vielleicht einen Hang zur Spielsucht. Das heißt aber nicht, dass es die Börse sein muss. Also, ich bin schon als junger Mensch, volljährig muss man ja sein, gerne mal ins Casino gefahren. Aber mir war schon klar, dass ich da leicht gefährdet bin. Und insofern habe ich immer einen festen Betrag mitgenommen. Manchmal konnte ich was draus machen, manchmal auch nicht. Und ich habe einfach Freude am Spielen, in allen Bereichen. Aber das kann genauso gut Sport sein, einfach sich mit anderen zu messen. So ein kompetitiver Charakter. Die Börse selber war deshalb für mich vielleicht nicht geeignet, untersüchtig zu werden, weil ich ja direkt 100% eingestiegen bin. Das heißt, im aktiven Handel, im Daytrading, da kriegt man dann seine ausreichende Rationen an Börse. Und wenn man das fünf Tage die Woche macht, und am Anfang habe ich locker 14, 15 Stunden vor dem Bildschirm verbracht, dann fällt es einem nicht schwer, dann auch mal den Rechner auszumachen. Das Jahr hat jetzt erst begonnen. Und mir ist aufgefallen, dass die Börse schon wieder ultraheiß läuft. Und das schon seit Monaten. Glaubst du, die Blase wird bald platzen? Ich glaube, die Blase in einigen Sektoren wird platzen. Ich finde es schwierig hier, das Wort bald hilft letztendlich genauso wenig wie die Feststellung, dass irgendwann der große Crash kommt. Irgendwann stimmt das immer. Aber insbesondere, wenn wir auf Werte gucken, wie eine Ballot Power oder eine Plug Power oder eine NIO, also alles das, was mit Wasserstoff und Elektroautomobilität zu tun hat. Das kann für einen Trader auch durchaus interessant sein, weil natürlich Werte, die so schnell steigen, dann auch nochmal dynamisch 10, 20, 30% obendrauf packen können. Aber das ist für mich auf jeden Fall eine Blase, die platzt. Ob das gleich den gesamten Markt mit runterzieht, das muss eigentlich nicht sein. Aber der Sektor ist für mich eine Blase, ja. Welche Branchen würdest du aktuell als generell überbewertet sehen? Also bei mir, ich denke Wasserstoff auf jeden Fall, E-Autos auch. Wasserstoff, E-Autos sicherlich auch. Ansonsten kann man sich immer mal diese SPACs, also diese Special Purpose Acquisition Companies anschauen. Wenn die einsteigen, dann spricht das dafür, dass die Branche gerade relativ heiß läuft, beziehungsweise vielleicht auch, wenn man schaut, was als nächstes kommt, vielleicht die Branche, die in Anführungszeichen nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die sind ja kurzfristig ausgelegt. Das heißt also, die investieren halt nicht für die Ewigkeit, sondern werden dann ja auch wieder aufgelöst. Und das sind eigentlich so die Branchen. Ich finde, andere Branchen sind vielleicht kurzfristig etwas warm gelaufen, aber noch nicht heiß. Also im Bereich der Rohstoffe glaube ich, dass es beispielsweise im Jahr 2021 durchaus noch Chancen geben wird. Aber auch die sind kurzfristig echt gut gelaufen. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe jetzt einen schönen ETF gefunden, iShares, wie hieß denn der, iShares Global Clean. Da sind die ganzen heißen Dinger drin, wie Plug Power zum Beispiel. Der ist jetzt gestiegen von 9 auf 16 innerhalb von vier Monaten, was sehr geil ist für einen ETF. Ja, weil ich bin ja eigentlich, mich langweilen die normalerweise. Da wäre halt jetzt auch die Frage, würdest du Leuten, die jetzt anfangen, generell eher raten, geht in ETF oder geht in Rohstoffe oder baut das mal mehr Cash auf und schaut euch den Markt an? Was wäre dein Tipp für Anfänger? Das hängt wirklich vom Ansatz ab. Also ich denke, ein langfristiger Investor, dem kann das sowieso egal sein. Der sollte einfach seinen Stiefel durchziehen. Denn am Ende sagt dir keiner verlässlich, wann oben ist. Es gibt einige ganz interessante Branchen-ETFs, bei denen bin ich jetzt leicht befangen, muss ich sagen. Man könnte ja meinen, die liebe Katja hat mich, ich hätte ihr zugesteckt, dass sie mich nach dem fragen soll, hat sie aber nicht. Wir haben nämlich tatsächlich diesen ETF bei den Renditespezialisten bei 9 Euro gekauft und sind jetzt bei 15 Euro ausgestoppt worden. Das heißt also, den habe ich ganz bewusst gesucht, weil ich nicht, mir auch nicht klar war, welches in diesem Green Energy Deal, ich glaube, da kommt übrigens noch mehr, welche Werte es sein werden, die hier dann durch die Decke gehen, ist hier mal ein bisschen schwierig zu sagen. Insofern ist da ein ETF ganz, ganz spannend. Der macht vielleicht nicht 300 Prozent, aber dafür schwankt er eben auch nicht jeden Tag 20 oder 30 Prozent. Also den finde ich tatsächlich auf Perspektive interessant. Aber hier wäre natürlich mal, wenn wir ganz konkret diesen ETF nehmen, auch mal eine Korrektur von 10, 20, 25 Prozent angezeigt. Das wäre dann für mich eine Kaufgelegenheit. Also ich glaube, wir werden noch einige Pakete sehen rund um diesen Green Deal und solche Branchen-ETFs finde ich dann durchaus interessant. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, das ist dann nichts für die Daueranlage. Die Werte da drin sind momentan richtig hoch bewertet. Also die Alternative dazu wäre halt ein langweiliger MSCI World. Ja gut, für das Dauersparen, ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir, wir sprechen über den aktiven Handel. Aber acht oder neun von zehn Deutschen machen einfach gar nichts. Da wäre der langweilige MSCI World auch schon mal viel besser als gar nichts, Tagesgeld oder Kapitallemisversicherung gewesen. Gibt es denn auch noch total angesagte Investments abseits des Mainstreams, die du aktuell favorisierst? In Zeiten der Nullzinsen ist es aus meiner Sicht echt schwer, irgendwas zu finden und zu sagen, ich habe hier noch ein Geheimnis für euch. Gibt es vielleicht, wenn man sich damit auskennt, ich habe zum Beispiel die Zeit genutzt über Weihnachten und habe unheimlich viel über Uhren gelesen. Ja, ich bin kein, ich bin kein Uhrensammler, ich bin allenfalls interessent und ich habe gesehen, auch dort gibt es mittlerweile wahnsinnige Renditen, wenn man weiß, was man wann machen soll. Und das ist eben echt das Problem. Also wann immer man von den klassischen Sachwerten wie Edelmetalle, ich zähle jetzt einfach mal Bitcoin als Anlageklasse mit dazu, Aktien, Immobilien weggeht. Ja, wenn man sich mit seltenen Wein, Whisky oder Uhr auskennt, dann kann man sicherlich da eine Rendite erzielen. Aber wenn nicht, dann macht man eben vermutlich auch so ziemlich alles falsch, was man verkehrt machen kann. Leider habe ich da also keinen so richtigen Geheimtipp. Ja, Stichwort Uhren. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Hätte man sich vorher, vor zehn Jahren konnte man sich eine olle Submariner für 4000 Euro kaufen, gebraucht. Die gehen jetzt um die 16.000 weg. Und das spricht natürlich letztendlich auch für eine Blasenbildung. Und wenn man sich anguckt, was mittlerweile für, selbst für, also Vintage klingt ja immer so schön. Ja, aber wenn Vintage einfach ist, die gefragte Uhr mit ordentlich Kratzern drauf und die kostet dann immer noch deutlich mehr als Listenpreis. Ja, also wie gesagt, wenn man Experte ist, kann man möglicherweise mit dem einen oder anderen Modell da noch ein Schnäppchen machen. Aber wenn jetzt irgendeiner sagt, ich habe mal gelesen, mit einer Rolex Daytona macht man nichts verkehrt. Dann ist das vielleicht noch kein Expertenwissen. Und unter dem Strich trage ich die ja, wenn, dann auch ganz gerne. Und wenn ich mit so einer Uhr irgendwie mal, klack, irgendwo gegenkomme, so, dann ist der erste Tausender schon mal weg, weil sie eben gebraucht ist. Also, ja, dann lasse ich den Experten da gerne den Vortritt und kaufe mir Uhren, die mir einfach gefallen. Blicken wir doch mal in die USA. Das FBI warnt ja vor globalen, nicht globalen, aber landesweiten Unruhen. Und mein Bauchgefühl sagt auch, dass es global ein Problem werden könnte, weil das steckt immer an, wenn man es in den Medien sieht. Und auch Corona hat jetzt die Leute sehr aufgeheizt, die Stimmung ist angespannt, die sitzen im Lockdown zu Hause, verlieren gegebenenfalls ihre Jobs. Hast du dein Depot jetzt auf die Unruhen schon ausgerichtet oder ignorierst du das komplett, blendest du das aus? Blende ich komplett aus und zwar, weil ich die Erfahrung, ich habe ja in den ersten 15 Jahren, ich sagte es ja, Daytrading gemacht und habe mein Geld verdient mit Newstrading. Allerdings mit kurzfristigem Newstrading, das heißt, ich war zur Nacht hin fast immer 100% Cash. Und selbstverständlich gibt es solche Strömungen, das kann auch manchmal gut gehen, aber für mich ist die Grundregel, in dem Moment, wo es alle wissen, ist es für mich kein Case mehr. Und ob das jetzt ein Virus ist oder ob das Unruhen sind, die Tatsache, dass diese Unruhen erwartet werden, die ist ja allen bekannt. Und nach meiner Theorie brauche ich Glück, um mit einer Information Geld zu verdienen, die allen bekannt ist. Und unter diesem Aspekt mache ich so etwas relativ selten. Also, dass ich auf große Makro-Themen dann, also eventbezogen in irgendeiner Form Positionen eröffne, ganz, ganz selten. Und zum Schluss hätte ich noch die Frage, wie lautet denn dein Ausblick für 2021? Also grundsätzlich sind die Trends aufwärts gerichtet, da komme ich einfach nicht dran vorbei als Markttechniker. Was ich mir vorstellen könnte, und das ist das Bauchgefühl, man sollte sich nicht darauf verlassen, aber das wäre das, was ich mir als Szenario ganz gut vorstellen könnte, dass wir im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr einen ziemlich schnellen Einbruch bekommen, wir können es auch einfach eine Korrektur nennen, um 20 bis 30 Prozent. Und dann haben wir eine Menge Schlagzeilen und oben drauf steht, jetzt platzt die Blase und, und, und. Ich glaube aber, dass der nächste größere Einbruch eine Kaufgelegenheit sein wird, weil das, was die Notenbanken machen, meines Erachtens alternativlos ist in diesem Moment. Das ist einfach noch nicht der Moment, wo eine Notenbank sagen kann, wir ändern jetzt unsere Zinspolitik. Die Zinsen am langen Ende steigen, das ist sicherlich, das merken insbesondere die Goldbesitzer derzeit, dass es nicht so angenehm ist. Ich glaube aber, dass die nächste Korrektur nochmal kaufenswert ist und dass wir dann im Laufe des Jahres im S&P 500, den nehme ich jetzt mal als marktbreiten Index, Kurse über 4.000 Punkten sehen, werden also neue Allzeithofs. Vielen Dank, Lars, für deine Zeit, für dein sehr sympathisches Interview. Sehr gerne, Katja, hat mich gefreut. Danke für die Einladung. Wir sehen uns mal bald wieder in einem Interview, in einem Video oder auch persönlich. Und euch möchte ich fürs Zuschauen danken. Ich habe jetzt auch noch gleich eine kleine Verlosung hier vom Materialist-Magazin. Ich schreibe ja nebenbei die Kolumnen und Interviews da drin. Und die Gewinner sind auf YouTube, haben die mir ein paar Kommentare geschickt, welche Aktien sie toll finden. Palantir war dabei, Nomad Foods oder Alphen, kannte ich auch noch nicht. Und zwar kommen die genialen Ideen von Manfred, die Schildkröte, Erwin68 und Andreas F. Also schreibt mir einfach an die E-Mail, die ich unter diesem Video euch veröffentliche und dann schickt mir eure Adresse und ich schicke euch das Materialist-Magazin zu. Herzlichen Glückwunsch. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald auf finanzfieber.de. Tschüss. Bye-bye.